ja servus und willkommen zur gruppentherapie ich bin euer therapeut mac murago und diese therapie ist gottlos wir sind hier bei unboxing unboxing der loot chest vom monat juni genau diesmal ein bisschen was neues anders ich hoffe das klappt alles so dann werden wir das sehen oder ich mache das ganze noch mal aber egal so was haben wir vor wir haben vor die lustige box die wir jetzt hier haben auszupacken damit werden wir auch gleich starten da haben wir nicht hier dass unser lustiges öffnungsgerät damit fangen wir einfach mal an und werden einfach mal ganz gekonnt rechts und links den den feinen schnitt machen und dann werden wir einfach mal schauen was da so alles drin ist so wir öffnen das gerät ganz langsam und vorsichtig ja das vorsichtig ist auch gut so und tada da guckt uns schon das luchas book an und zwar für juni was steht dann so schweines drinnen juni 16 so eine billion stück auf auf diese anzahl wird der jährliche weltweite plastiktüten verbrauch geschädigt der konsum von plastiktüten trägt zu wachsenden und müllbergen in vielen teilen der welt bei unbelasteten mensch und umwelten in dieser lucha befinden sie daher ein item um diesen trend entgegenzuwirken und die welt zu einem sauberen ort machen da bin ich jetzt schon mal gespannt was das wohl sein wird bist du ein gewinner diesen monat haben wir insgesamt zehn zufällige luchas mit jeweils einer games of thrones münze und glückwunschkarte bestückt sollte sich in dieser box eine münze befinden bist du einer der glücklichen gewinner das wird spannend ich bin mal gespannt ob wir eine finden oder nicht so unser gewinnspiel einzulösen schickt uns ein bild mit münze karte angaben einer bestellnummer gewinnspiel at loot chest genau das werden wir auch tun so aber meint mehr werden wir hier nicht reinschauen lesen weil wir wollen uns gucken was ich so drin finden was grinst uns jetzt erstes an hier vinyl box eine vinyl box hier eine schicke vinyl box haben wir hier da da werden wir gleich mal reingucken müssen mit unserem schicken öffnungsgerät haben wir schon mal das löchlein in der tüte drin und werden einfach reinschauen was wir denn hier finden erstmal eine besagte plastiktüte genau sonst geht es hier noch weiter auf vinyl figur sollte hier drin sein das war sagt ja jedenfalls der name da werden wir schauen wir mal hier finden die spannende frage ist wir finden noch eine tüte interessante geschichte in der loot chest heißt das plastiktüten blablabla und wir finden halt drin noch mehr plastiktüten so dann öffnen wir das geschickt gerät das ist schon spannend gemacht und zwei sehe ich sogar oder zweiteilig spüre ich jetzt schon was haben wir drinnen wir haben den lieben tor hier tor in wackelfigur einfach mal schauen dann können wir mal gucken den lieben freund hier mit wackelkopf ja wackelkopf so und seinen großen hammer ja schauen wir mal das ding halb zerlegt dann sich hinten das cape gelöst gut soviel zum thema verarbeitung das ganze ist schon mal in zwei naja so viel dazu aber ich denke mal ein bisschen kleber kriegen wir den freund auch wieder hin so den erstmal dahin so was haben wir noch hier drinnen ein sticker ein vinyl sticker von doom vinyl sticker doom ganz schick mal sehen wo ich die mir den dann die nächste mal hinpacken werde einen sticker den packen auch zur seite und einen super schubs monster lolli lollipops ich mag ja die sind so schön kindisch und fein auch gerne mal runter ein lollipop monster sieht ganz witzig aus wenn man das hier von oben sieht zum gelben schnuppt sie da drauf ich mache jetzt mal die kostprobe und wenn ja ruhig welche ganz restliche unboxing einmal mit lolli moderieren oder auch nicht der ist lecker aber ich habe mir überlegt der höflichkeit lieber beiseite packen die wir nachher fertig genießen als solches so was haben wir denn hier hier haben wir ein t-shirt das obligatorische t-shirt dürfte ja nicht fehlen wobei langsam füllt sich ja der schrank bei mir mit t-shirts hier haben wir auch noch ein schickes t-shirt aus einer luchess wer mir in die kann man ja mal in die kommentare schreibt aus welcher luchess dieses shirt ist so was haben wir jetzt hier gefunden ein schickes shirt pixelartig da grünscht mir noch was an und zwar der legion of soka genau soka hier können wir das ganze noch mal schön in groß sehen hier einfach mal geschaut so sieht das ganze aus in soka genau soka wer ist das ganz einfach der avatar genau avatar mit alu diese ganze geschichte nicht das ding mit pandora sondern in die richtung so was gefallen ist geiles item mal schauen wie das glas ausschaut es steht immer kopfüber drin ein schickes zelda glas schön so ein bisschen auf kirchenglas gemacht so bleiglas das wird mein neues lieblingsglas da freue ich mich jetzt schon drauf ein zelda glas so wir kommen weiter hier ein puzzle und zwar von da hunger games mockingjay ein puzzle da werden wir mal kurz blick reinwerfen auch hier wieder besagte plastik die das ganze verriegelt müssen wir hier mal kurz öffnen als solches und da ist eine tüte ein puzzle drin interessant ist welches motiv ich vermute mal von dem puzzle teilen her dieses hier könnte das sein oder dieses hier ich würde er diesen wenn das cool ist die größe interessant sieht schon mal cool aus im puzzle mal was interaktives analoges zum spielen das hat man heute ja nicht immer als solches wird spannend so packe ich jetzt auch mal beiseite haben wir jetzt auch das ist jetzt das besagte item gegen plastik tüten und zwar ein beutel mit einem 8 bit r2d so drauf so habt ihr das mal von oben hier einen schicken beutel eigentlich cool gemacht lange arme kann so schön hier drüber hängen da kann man damit loslaufen und sowas echt extrem schick eine witzige idee wenn die ganze andere kacke nicht immer mit plaster eingepackt wäre so das war jetzt der grobe überleg zu dem was in der loot chest ist ich hoffe man das ganze klappt ja ihr könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben wie diese variante findet von der loot chest mich würde es freuen davon euch kommentare und feedback zu kommen so was jetzt noch kommt ist auch klar und zwar das ist die das hier das ist ja am ende das ist die nk mit einer schicken video empfehlung und zwar klar das unboxing von mai wer noch mal gucken will was da in dieser box drin aber sollte diesen link einfach folgen und dann kann er da noch mal rein schon wer bock auf solche unboxing hat einfach mal den kanal abonnieren einfach teil der gruppentherapie werden ein patient in unserer runde werden das wäre super am ende noch schnell einen kommentar geschrieben was euch gefallen hat wenn nicht ist das auch nicht schlimm daumen nach oben kennt das spiel daumen nach unten ist auch okay denn ich bemerke und sag servus und ade